moin moin leute und herzlich willkommen zu einer neuen stream ankündigung genau am sonntag wäre jetzt wie mehr regulär wir machen ihnen diesmal samstag weil ich sonntag was vor hab und ich zoll hab deswegen machen wir sonntag samstag 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 abend ich denke mal um 19 Uhr so fangen wir an ganz genau lege ich das vorher noch fest aber zwischen 19 und 20 Uhr wird sein ich denke mal 19 Uhr wird dann der reguläre stream kommen genau ich mach wieder eine abstimmung oben links in die ecke ich sehe das nicht oben links in die ecke natürlich da kommen paar spiele rein die könnt ihr aber auch gerne in die kommentare schreiben was ihr gerne sehen wollt genau die liste wieder mache ich wie jede woche dann könnt ihr das sehen genau davor ist eigentlich schon die reguläre stream ankündigung wie immer schreibt gerne in die kommentare was ihr sehen wollt oder geht in die abstimmung genau lasst ein like da und schaut gerne am samstag so zwischen ja ich denke mal um 19 Uhr 19 Uhr zu und ja wünsche euch noch einen angenehmen abend kommt ein bisschen kurzfristig aber das habe ich mir gerade so eingefallen ups der ist ja schon samstag wir haben wir schon samstagabend gut schönen auch noch